Asche meine ich natürlich, nicht Schande. Ja, versuchts doch, kommt doch alle her. Aber das Alpha... Prime Paracel... Was? Engram. Space Panda Sattel. Was? Ich hab'n Space Panda Sattel gelernt? Und jetzt stellt sich mir gleich die nächste Frage. Was ist ein Space Panda und wie kann ich ihn bekommen? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Arc Survival Revolve mit der Marty Turner von Dermilpragnarok. Unsere Giga Drillinge sind erwachsen geworden und sind auch voll imprintet. Das ist der absolute Wahnsinn. Die sind jetzt allerdings noch nicht gelevelt. Ich hab' mir jetzt gleich mal schon angeschaut, welches dieser Tiere die besten Werte hat. Und die besten Werte, meine lieben Freunde, ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, hat das Tier natürlich mit dem höchsten Level. Es ist ganz schön langweilig, aber so ist das. Ich seh' irgendwie voll putzig aus mit diesem Helm. Irgendwie seh' ich so knuffig aus. Der Helm macht meinen Kopf so rund. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Sieht sehr schön aus. Ich mag diesen Helm. Ihr merkt schon, ich hab' mich in diesen Helm verliebt. So, das ist nämlich dieser Giga hier, der in der Mitte steht. Giga Lea hat den höchsten Level, beziehungsweise den höchsten Midi-Damage-Wert von 3084. Und deswegen flößen wir Giga Lea jetzt gleich mal ein paar XP Potions ein, damit wir Giga Lea gleich mal gelevelt kriegen. So. Gehen wir mal hier. Hier, bitteschön. So. Was zu trinken. Schön kredenzt hier, ja. 55 Level. Bam. Und wir haben hier 8,7 Millionen Leben. Das heißt, wir gehen hier mal jetzt auf 30 Millionen Leben, würde ich sagen. 30 Millionen Leben. Exakt und präzise genau. Bis auf diese paar Werte hier hinten. Das können wir heute nur hin. Und, äh, dann geben wir mal Midi-Damage. Und gucken wir mal, wo wir landen mit Midi-Damage jetzt. Finde ich mal gespannt. Wir landen bei 3860. Und wir können noch Punkte vergeben, auf jeden Fall. Das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange hier. Genau. Oh Gott, ich muss erst mal ein Regen Potion reindrücken hier. So. Bam. Nimm mit. Genau. Und ich würde sagen, wir leveln die jetzt auch gleich mal hier. Die Giga Lea. Die können wir mal gleich richtig leveln hier. Ah, genau. Moment. Da gibt es noch eine andere neue Sache, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Und zwar, meine lieben Freunde. Ihr habt mir den Tipp gegeben. Das ist, äh. Wie man mich hier nicht sehen kann. Wartet mal. Das ist bei S+. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Dass es bei S+, eine Remote-Control-Pistole gibt, mit der man Tore und Türen aus der Ferne öffnen kann. Und dann habe ich mir gedacht, das klingt so cool, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Und deswegen habe ich die jetzt mal gecraftet. Das ist sie. Eine grüne Pistole. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie mache ich denn das? Wie benutze ich die denn? Deactivate-Mode. Achso, ich kann, mit rechts hier kann ich die Modi durchschalten. Door-Mode. Aha! Nicht schlecht. Jawohl. Man muss natürlich das Tor auch treffen, das ist klar. Aber wenn ich jetzt... Ah, guck mal. Ich kann auch so... Kann ich jetzt von hier das Tor zuschießen quasi? Das geht irgendwie nicht so. Ne, ich muss glaube ich absteigen. Vom Giga muss ich glaube ich dafür absteigen. Oder habe ich den Mode jetzt wieder resettet? Door-Mode. Warum geht das jetzt nicht? Gerade eben ging es doch noch. Komisch. Sehr merkwürdig. Achso. Ich muss schon... Also ich darf nicht zu weit weg sein. Ich muss schon ein bisschen näher dran stehen dafür. Okay. Kann ich das Tor jetzt... Ja genau, okay. Ihr seht es schon, ne? Bei dem Tor da drüben klappt es auch nicht. Ich muss wirklich schon... ein bisschen näher dran sein. Sonst geht das nicht. Okay, dann wehlen wir die Mauer mal ab so. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit hier mit der... Door-Gun rumlaufen. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich schneller ist. Man muss halt sich wahrscheinlich einfach richtig aufstellen. Dann klappt das schon. Wenn man sich richtig positioniert, dann läuft das. Wow. Oh Gott, wie der Ankühler da noch ins Bild reingeplöpst ist. Wow, wow, wow. Okay, ich würde sagen... Wo könnte man am besten leveln als in der Wüste? Deswegen gehen wir jetzt hier mal mit Giga Lea direkt in die Wüste hinein. Und oh, jetzt keinen Fallschaden kriegen hier. Also ich kann natürlich Fallschaden kriegen. Ihr seht jetzt auch meine Gesundheit, ne? Guckt mal rechts unten. Wie schnell die sich wieder regeneriert, ne? Das ist auch der Buff von der Eternal Armor. Und ich glaube jetzt, wo ich den Helm auch habe, geht das noch schneller mit dem Regenerieren. Das heißt, ich kann auch mal eine größere Menge Damage schneller gegenheilen. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Wenn ich das mal sagen darf. So, da haben wir gleich hier den Kano weggeschneckt. Wir brauchen ja auch noch Zeug. Wir brauchen ja noch Items. Ah, eine Dodo-Weibern. Ja, komm mal gleich her hier. Du bist ein gutes Level-Objekt. Ja, genau. Und da ist sie schon tot. Sie war ein gutes Level-Objekt. So, da geben wir gleich nochmal Midi-Damage auf den Schreck. Oh, die ist schon fast wieder ausgelevelt. Kann das sein? Ich glaube, viel geht nicht mehr rein. Ich glaube, wir kriegen es gerade mal auf 4000 Midi-Damage. Das ist so viel ja gar nicht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber, immerhin. Ich glaube, wenn wir wirklich richtig geile Bionic Gigas haben wollen, dann müssen wir wirklich mal nochmal so einen Bionic Giga auf Level 1200 beschwören und zähmen. Woher wird das, glaube ich, nichts? Woher wird das nichts, meine lieben Freunde? Es ist zu mager, was wir hier noch haben. Ich glaube, gegen den Darkstar wird es sonst schwierig. So. Ich brauche mal hier wieder ein Eternal-Vie, was ich wegschnecken kann. Und ich muss mal noch ein paar Sachen wegschmeißen. Oh ja. Ich muss mal hier so ein bisschen Zeug wegwerfen, das hier. Brauchen wir ja alles gar nicht. Wobei, das müssen wir dann natürlich auch wieder dem Evolution Giga zustecken, das ganze Prime Meat. Hä, wo ist denn jetzt der Dings hin? Ah, hier. Ich will mal das Vieh da töten. Das ist ein Krokodil, genau. Das gibt nämlich Dino-Blut. Ganz wichtig. Wir brauchen Dino-Blut. Wir brauchen Dino-Blut. Oh, ein Dodorex. Wo komme ich denn da jetzt am schnellsten hoch, wenn ich jetzt hier übers Eck laufe? Nee. Oder er kommt zu mir. Das wäre natürlich auch eine nette Idee. Ja, so können wir es auch machen, mein lieber Freund. Aber warte mal, wir geben vorher noch mal Midi-Damage. Ich glaube, so viele Level gehen schon nicht mehr tatsächlich. Ich glaube, wir schaffen es gerade mal so über 4000 Midi-Damage. Und das war's. Verzeihung, ihr konntet gerade nicht sehen. Oh, ein Golem. Moment. Das war sehr schnell zu Ende. Komm mal her. Genau hier. Komm mal her hier. Ja, jawoll. Äh, wie die... Wie die, äh, Moschopse da runterfallen. War das Moschops? Nee, Quatsch. Wie sind sie denn noch mal? Hab's vergessen. Da ist er tot. Da ist er schon tot. Wunderbar. Also jetzt will ich kurz warten, bis er fertig geburzelt hat hier. Genau. Und dann können wir jetzt einen Regen-Potion reinflößen. Der hat jetzt zum Beispiel kein... Kein... Also nicht so viel XP gegeben hier. Der Dodorex. War schon jetzt ein ganz schöner War-Kriptierer. Lol, was ist das denn? Ha! Der Agentavis hat keine Animationen. Seht ihr das? Was ist denn da los, äh? Warte mal. Komm mal runter, ja. Wieso hat er keine Animationen? Es ist ein Prime-Agentavis. Interessant auf jeden Fall. Hab ich vorher so auch noch nicht gesehen. Außer beim Spino. So, Nahkampfschaden. Genau. Ich glaube, wir können noch... Naja, so drei Level, glaube ich, können wir noch vergeben. Und dann war's das. Und dann sind wir auch über 4000 Millilie-Damage. Also so viel ist da nicht mehr. Ach, warte mal. Hier hinten waren ja die ganzen Rechse. Ups. Nein, ich hab ein Jaboa überlaufen. Moment. Hier die Rechse, die müssen wir platt machen. Die sind ganz wichtig. Da kriegen wir nämlich ganz viel tolles Zeug. Warte mal. Kommt mal runter. Kommt mal hier runter. Wie sie mit dem Kopf in den Felsen drin stecken. Ist auch schön. Nein, nein, nein. Nicht sliden. Nicht runtersliden. Ich komm nicht ran. Ah, doch jetzt. Ja, komm runter. Los. Hör auf, deinen Kopf da reinzustecken in den Sand. Los. Lass dich töten. Jawohl. Es gibt Dinoblut hier. Das find ich gut. Wenn es gibt Dinoblut. Oh ja. Hier ist die Rexstraße. Hier kriegen wir richtig viel Dinoblut. Guckt euch das mal an, meine lieben Freunde. Jawohl. Der hat gar nichts gegeben, der kleine Schweinepriester. Habt ihr das gesehen? Jawohl. DNA. So, ich muss mal ganz schnell. Oh. Das macht ganz schön Aua hier, wenn der hier so brutzelt. Der Brutzler. Da ja, Bärensattel. Das schmeißen wir mal weg. Die DNA, die schmeißen wir mal nicht weg. Die behalten wir mal. So, das kommt alles weg hier. Gibble behalten wir mal auch. Dino. Blut behalten wir mal auch. Die Rüstung kann weg. So soll man alles ausmisten hier zwischendurch. Denn, wie gesagt, sonst kann er nichts mehr tragen irgendwann. Das wäre sehr tragisch. Tragisch. Versteht ihr? Nichts mehr tragen. Hö, 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 hö. Bläu, wie der Rex da liegt. Er hat die Beine nach oben gedreht. So, oh Gott. Sieht überhaupt nicht komisch aus. So, euch zwei hier schnecken wir auch noch weg. Jawohl. Juhu. Oh, das Faultier. Oh, der Dodorex. Warte mal, ich habe Bock auf Faultier jetzt gerade. Oh, das war es schon. Es hat überhaupt nichts gegeben. Geiziges, äh, geistiges. Geistiges. Nein, geiziges. Nicht geistiges. Ein geistiges Faultier. Okay, wir haben 4000% Mini-Damage. Dodorex lohnt sich nicht. Den töte ich jetzt nicht. Der bringt kaum Leben und kaum anderes Zeug. Hier, ich töte lieber die. Das bringt mehr. Tülakoleo, oder? Ja. Stirb mal hier, komm. Aua, was war denn das? Alpha Diabolf. Da ist nochmal ein Dodorex. Ist das hier Salz? Oh, ich habe was bekommen, ohne dass ich was getan habe. Das ist immer gut, wenn man was bekommt, ohne dass man was getan hat. Haha. Na? Jawohl. So. Wunderschön. Ich sollte vielleicht nochmal einen Regen-Potion nehmen, ne? Der hat ganz schön Schaden gekriegt hier. Wie er hier versucht, den, die Kuckus zu fressen und es nicht schafft. Den eingerollt. Oh, jawohl. Sauber. Okay. Okay, okay. Hier unten ist nochmal ein Rex. Den machen wir auch nochmal platsch. Was machen die denn da? Sieht ja lustig aus hier. Ja, genau. Alle zu mir. Alle zu mir. Alle zu mir. Sauber. Ja, jetzt gibt es mal wieder ein bisschen mehr DNA. Ein bisschen mehr Dinoblut und so. Das ganze wichtige Zeug. Stirb. Jawohl. Ancient Orbs. Sauber. Und du stirbst auch. Perfekt. Zwei Level. Okay, wir können da noch ein bisschen mehr vergeben. Habe ich mich wohl verschätzt gerade eben. Da habe ich mich wohl mal wieder verkalkuliert. Brauchen mehr Damage. Brauchen viel mehr Damage. Ja, komm her, genau. Ha. Reaper-Pheromone habe ich wieder gekriegt. Warum auch immer ich die immer bekomme. So. Haben wir eigentlich mal ein XP Potion? Ah, guck mal. Wir haben drei XP Potions. Das ist doch gut. Die können wir doch gleich mal. Ne, wir haben sogar noch mehr. Guckt mal da. Und hier ist nochmal Blut. Und hier ist nochmal Blut. Genau. So, dann gehen wir dem Rex. Warte mal, irgendwas kommt. Ach, der Kano. Mein Gott, der Kano. Er hat immer noch diese lauten Fußstapfen. Das ist etwas, das ich ein bisschen schade finde, dass beim TLC Updates jetzt die Kanus ein bisschen leer ausgegangen sind, muss ich sagen. Also, da haben ja auch einige gesagt, die Kanus können ja immer noch nichts und so. Und das ist ein bisschen schade, dass die nichts bekommen haben. Finde ich, stimmt schon, ja. Also, die Kanus, die hätten ruhig auch ein bisschen ein kleines Update noch bekommen können. Das hätte denen nicht geschadet. So, da haben wir die XP Potions auch sinnvoll eingesetzt. Äh, du kommst jetzt nicht wirklich zu mir, oder? Keine Lust auf dich. Brauch keine Tokens gerade. Wofür brauchte ich eigentlich nochmal die Tokens? Die brauchte ich ja nur, um die Vivern zu evolvieren, ne? Und den Affen. Ich glaub schon. Ich glaube, das war der einzige Zweck, den die hatten. So, genau. Ah, da fliegen wir doch gleich mal hin, hier. Genau, sauber. Geh du auch mal kaputt. Und du auch. Hehehe, wie er wegfliegt. Wie er wegschnippst. Wieso bin ich eigentlich überladen? Was hab ich denn schon wieder dabei? Hier, warte mal. Diese ganzen Rüstungssachen da, die können alle weg. Die brauchen wir alle nicht mehr. Jetzt, wo wir die Eternal Rüstung komplett haben, brauchen wir diese ganzen Rüstungsteile nicht mehr. Und ich weiß, ich könnte die grinden, ja. Aber ich frag mich halt, wozu? Metall kriegen wir auch in überschwänglichen Mengen. Da muss man ja nur so ein Lava-Golem kaputt machen. Dann hat man ja schon Metall in Rausten-Mengen. Ist das ein Baby-Paracera? Ja, das ist ein Baby-Paracera-Therium. Nein, es wird angegriffen, glaub ich. Geh weg. Da. Nice. Da haben wir noch ein Baby beschützt. Eine gute Tat am Tag muss immer sein, ne? Wunderschön. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal wieder zurück auf den Weg. Obwohl, wir sind immer noch nicht voll ausgelevelt. Fällt mir immer grad so auf. Wir müssen noch mehr leveln eigentlich. Einen Wurm könnte ich noch töten. Dann könnte ich auch gut leveln eigentlich. Ich bräuchte noch ein Würmchen. Was zum Teufel ist das? Es sieht aus wie ein riesiger, aufgerichteter, harter... Ich sag's lieber nicht. Was zum Teufel? Das ist kein Gegner oder so. Das ist nicht irgendwie ein Wurm, der sich falsch positioniert hat. Das ist einfach nur seltsam. Wie? Ich mein, was ist es? Und wieso? Wie kommt das zustande? Und wer macht sowas? Und überhaupt? Und wieso? Und warum ist das einfach nur falsch, wenn ich das so sehe? Ich versteh's nicht. Aber das ist ein Eternal-Vieh, was da so hockt, oder? Also was da drin steckt. Das ist kein... Das ist nicht von der Map Ragnarok jetzt. Das ist von Eternal. Oder wie? Oder was? Ich mein, das kann ja nicht von der Map sein. Aber irgendwie ja doch schon. Weil irgendwie reagiert's ja auch nicht, wenn ich hier beiße. Komisch. Sehr seltsam. Habe ich vorher noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. So was. Wahrscheinlich stürzt gleich mein Spiel. Ich würde gerade... Gerade in dem Moment, wo ich sage, hat's gehakt. Ich würde gerade sagen, es stürzt wahrscheinlich gleich mein Spiel ab. Ne, alles ist gut. Noch ist alles gut. Aber ich glaube, ich sollte hier danach gleich mal eine kleine Speicherpause machen. Damit hier nicht noch irgendwas schief geht. Oh lol! Ja, Moinsen! Darf ich mal eure kleine Party hier aufsprengen? Sauber! Okay! So, wir brauchen noch... Wir brauchen noch irgendwie einen Gegner, den wir töten können. Irgendwas Tolles. Irgendeinen tollen Gegner. Weiß ich nicht. Irgendwas, was viel XP bringt. Irgendwas, was sich lohnt zu töten. Ja, hier ist Alpha! Wow! Okay. Blitzespuckende Wölfe. Interessant. Was? Ich habe einen Archäopteryx getötet. Schande auf mein Haupt. Asche meine ich natürlich, nicht Schande. Ja, versuch's doch. Kommt doch alle her. Aber das Alpha... Prime Paracel... Was? Engram. Space Panda Sattel. Was? Ich habe einen Space Panda Sattel gelernt? Und jetzt stellt sich mir gleich die nächste Frage. Was ist ein Space Panda und wie kann ich ihn bekommen? Space Panda... Space Panda Sattel. Okay. Was steht denn da? Space Panda Sattel. Kann nur hergestellt werden in Eternal Workbench. Okay. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Ich will einen Space Panda bekommen. Aber sowas von. Also, wenn ihr wisst, was es mit dem Space Panda auf sich hat. Bitte lasst mich nicht zum Sterben. Erklärt es mir und sagt mir bitte auch, wie ich einen kriegen kann. Also, ich werde auf jeden Fall nochmal nachgucken auf der Eternal Webseite, was ein Space Panda ist und wie ich ihn kriegen kann. Wenn es da auch vielleicht noch nicht drin steht, weil das ganz neu ist, dann bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Ihr könnt es mir schon mal schreiben, auf jeden Fall. Ich will wissen, was das ist. Ich will einen Space Panda haben. Das ist bestimmt das coolste Tier überhaupt. Oh, warte mal. Hier ist ja ein Wurm. Der gibt doch hier immer schön Level. Guckt mal. Jawoll. Da kriegen wir gleich Nacktkrampfschaden. Sauber. Wunderbar. Wunderbar. Wunder prächtig. Oh, warte mal. Hier, die haben sich auch gerade schön in der Wolle. So, jetzt bräuchte ich noch einen guten Gegner. Vielleicht noch einen Wurm oder so. Den ich töten könnte. Und dann haben wir, glaube ich, voll ausgelevelt. Dann sind wir am Ende der Fahnenstange angekommen. Ich kriege immer schön viele Orbs. Das finde ich gut. Ich mach mal hier die Mantis-Platt. Die gibt auch ganz gut XP. Jawoll. Also. Melee-Damage. Immer noch nicht voll ausgelevelt. Meine Fresse, okay. Können ja hier nochmal den Potion nehmen. Soll ich mal Drop All machen? Ja, ich mach, glaube ich, gleich mal Drop All. Ja, wir machen mal das raus und das raus. Alles fallen lassen. Genau. Hier, Fleisch kriegst du wieder. Und die Regen-Potions kriegst du auch wieder. Jetzt haben wir wieder Platz. Okay. Also, ich will unbedingt den Space Thunder haben. Unbedingt. Und vor allem, warum kriege ich den Space Panda-Sattel, wenn ich so ein Prime-Faultier töte? Ist das Prime-Faultier jetzt irgendwas ganz Besonderes? Oder kann ich vielleicht den Space Panda aus dem Prime-Faultier evolvieren, wenn ich denen so ein Infernal-Potion gebe? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Kann durchaus sein. Ich muss mich da mal schlau machen. Ich muss mich da mal zum Space Panda schlau machen. Space Panda sind ja noch besser als Space Taxis, ne? Das wisst ihr. Okay. Ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder zurück. Ah, warte mal. Zur Base. Jetzt machen wir es noch die Mentes-Platt. Und dann gehen wir zurück zur Base. Und dann mache ich mich mal schlau, was es mit den Space Pandas auf sich hat. Und dann machen wir auch noch ein Tier oder so. Ein Tier, was ich töten kann. Ein Eternal-Tier. Irgendwas Gutes. Manticore oder so. Das wäre nicht verkehrt. Oder sowas hier. Genau. Raptor. Kommt schon. Ich muss leveln. Noch ein Level brauche ich. Noch einen. Also Damage-mäßig sind wir ja auf jeden Fall schon mal wieder gut dabei. Mit über 4000. Das ist schon gar nicht schlecht. So muss das sein. Oh, hier sind wieder die Pferde. Da gehe ich mal langsam. Ah, guck mal. Wer hier oben rumchillt. Wer hier oben einfach so rumchillt auf dem Plateau. Das geht ja mal gar nicht. Am Ende läufst du noch rüber zur Base. Komm, krepier. Stop. Jawohl. Und das ist ein Level ab. Sehr gut. Oh, das hat drei Level noch gegeben. Alles klar. Jetzt sind wir ausgelevelt. Alles klar, alles klar. Wunderschön. Fast 4200% Mini-Damage. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist gut. Und 30 Millionen Leben, das reicht ja auch. So viel Leben braucht man ja gar nicht. Das habt ihr mir auch gesagt. Ich brauche nicht so viel Leben bei den Gigas. Weniger ist da mehr. Und dafür mehr Mini-Damage. Dann kriegt man die gefährlichen Gegner nämlich auch schneller platt. Je mehr Mini-Damage man hat. Was? Mein Inventar ist zu schwer, um zu springen. Das kann alles nicht sein. Alles eine Lüge. Was habe ich denn hier dabei? Nameless Gift. Ach, diese komischen Spikes da von den Würmern. Ja. Ganz viel Zeug. Das brauchen wir nicht mehr. Das produzieren wir jetzt. Das brauchen wir auch nicht erstmal. Das können wir auch wegwerfen. Den Sattel brauchen wir auch nicht. Kann ich mich jetzt bewegen? Okay, ich kann erst mal die Tür aufmachen. So, eintreten. Ja, ich kann mich ein bisschen bewegen. Lol, wie ich auch in Zeitlupe falle. Habt ihr das gesehen? Ah, ich habe da jetzt die Waffe hier zum Tor zumachen. Haha. Nice. Jetzt mache ich mein... Jetzt schieße ich meine Tore nur noch auf. Meine Toren und Türen. Türen. Tore und Türe. Genau, hier. Bam. Bam. Das ist irgendwie lustig. Okay, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Arc. Survive Devolved. Und dann weiß ich hoffentlich mehr zum Thema Space Panda. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.